Das Netzwerk Wohnberatung aus Reulingen präsentiert Ihnen Stolperfallen im Haushalt. Anhand von Beispielen möchten wir darauf aufmerksam machen, welche Stolperfallen es im Haushalt gibt. Bitte geben Sie Acht! Extreme Rutschgefahr durch Zeitungen 10 Sekunden Auch die Gardinen müssen ja mal gewaschen werden. Ganz wichtig beim Gardinenabnehmen ist, einen sicheren Tritt zu haben. Dadurch eignen sich solche Hocker und eventuell sogar Drehstühle sicherlich nicht. Ah, hier wird es ja gleich richtig gemacht. Um mit einer kleinen Leiter die richtige Höhe zu erreichen. Musik Durch herumliegende Gegenstände, insbesondere Putzeimer, können schnell Stürze entstehen. Musik 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 Musik